Die Österreich-Werbung präsentiert sich ja jedes Jahr auf der ITB mit einer wunderbaren Auswahl aus ganz Österreich. Wir werden jetzt mal einen kleinen Rundgang machen und ein bisschen schauen, was sich auf dem Stand hier so tut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirklich, es macht Lust auf Österreich, diese Einheit von Landschaft, von Nahrung. Also dieses unverwechselbare Image, das ist hier deutlich spürbar. Und ich fühle mich wohl, genauso wohl wie ich mich in Österreich auch immer im Urlaub fühle. Der Rundgang hat mir wie jedes Jahr gut gefallen, weil sich die Österreich-Werbung sympathisch präsentiert, offen präsentiert. Und daher auch entsprechende Resonanz bei allen Besuchern findet. Der österreichische Tourismus ist auf sehr gutem Wege und das zeigt sich hier auch dreidimensional sozusagen. Wichtig, dass der Minister da ist und auch hier gemeinsam mit den österreichischen Ausstellern, dem großen internationalen und deutschen Publikum zeigt, was wir zu bieten haben. Auch die Gemütlichkeit kommt hier nicht zu kurz im Stand der Österreich-Werbung. Und von der Gemütlichkeit geht es jetzt zur Kulinarik. Wir sprechen mit Franz Raneburger, der hier als Star-Koch die Gäste am Stand der Österreich-Werbung bekauft. Wir haben eine wunderbare Küche, die ist ungefähr 6-7 Kilometer weit weg von da. Da wird die Wache vorbereitet und kommt jeden Tag frisch an. Also das heißt, das Lamm ist angebraten, der Fisch ist kurz angebraten, nicht alles. Also das, was so geht, zuerst 80 bis 100 Portionen. Und hier wird es regeneriert, das heißt nochmal weiter mit in Butter oder so was in den Konvektomaten. Und dann geht es auf Abruf vom Gast raus. Wir haben hier zwischen 500 und 600 Essen jeden Tag. Das Team, was ich habe, das ist schon lang bewährt. Wir sind jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Mal hier. Also die Posten, die ich habe, die hören und arbeiten auf einen bösen Blick sofort. Und dann haben wir jedes Jahr Schüler. Das heißt, von einer Hotelfachschule oder Gasteschule in Österreich, die kommen hierher. Das heißt, es kommen 35 Schüler am Dienstag, die werden von uns kurz geprieft. Und am Mittwoch früh um 10 Uhr ist das Restaurant mit 180 Personen brechend voll. Und dann muss es so funktionieren, als wenn man schon jahrelang trainiert hat. Und das ist natürlich jede Sache eine Herausforderung. Hier ist wichtig, dass die Produkte frisch und gut sind. Dass das Essen schmeckt und dass es so schnell wie möglich ist. Weil die Leute sind ja nicht zum Essen alleinig da, sondern die sind ja da zu verhandeln oder irgendwelche Gäste zu gewinnen für das Land, für die Regionen. Und dann muss es so schnell wie möglich ist. Und dann muss es so schnell wie möglich ist. Und dann muss es so schnell wie möglich ist. Und dann muss es so schnell wie möglich ist.